In diesem Video zeige ich dir zehn empfehlenswerte To-Dos nach der Installation von der aktuellen Linux Mint Version und hier mit euch ein herzliches Willkommen bei Linux Guides. Ich hoffe ihr seid soweit gut durchgekommen mit der Installation von Linux Mint und es gibt ein paar Sachen die man erledigen sollte und ich würde sagen wir gehen einfach mal alle schritt für schritt durch. Wenn wir Linux Mint das erste mal starten, dann bekommen wir ein Willkommensbildschirm. Den kann man immer wieder aus dem Menü starten. Dafür muss man nur Willkommensbildschirm eingeben und dann finden wir den auch schon. Ich wähle in dem Fall Los geht's aus und dort man kann unter anderem ja das Thema verändern von Linux Mint. Wer beispielsweise auf ein Dark Theme steht, der kann das machen. Unter den Schreibtischfarben ist jetzt nicht so super wild. Man kann hier das beispielsweise auch auf pink stellen beispielsweise oder lila oder blau oder wir lassen es auf diesen kombinierten Standard. Darauf möchte ich nicht zu sehr eingehen. Das könnt ihr euch selber anschauen. Wichtiger sind für uns erst mal System- Schnappschüsse. Was macht diese App? Wir starten sie einfach mal. Naja sie sichert eventuell monatlich, so würde ich es empfehlen, euer System. Nochmal auf die Festplatte. Nur euer System, nicht eure Daten. Das ist vor allem dafür gut, falls sich Linux Mint mal selber zerlegen sollte durch ein Update. Kleine Spoilerwarnung. Das passiert nicht so häufig. Ich würde sagen, die meisten werden Timeshift nie selber anwenden müssen. Aber das im Hintergrund zu haben ist gar nicht so schlecht, wenn eure Speichergröße, eure verfügbare Speichergröße auf der Festplatte noch ca. 100 GB frei hält. In der Regel braucht so eine System-Sicherung ca. Ja sagen wir mal 20 bis 50 GB. Nehmen wir nochmal ein bisschen Puffer dazu. Das heißt, schaut, dass ihr das nicht auf zu kleinen Festplatten aktiviert. Wenn ihr eine zu kleine Festplatte habt, dann müsst ihr erstmal ohne leben. Ist kein Beinbruch. In der Regel passiert dann nie was. Aber es ist manchmal hilfreich, sein System auf einen gewissen zuvorigen Stand zurückzusetzen. Vor allem, wenn man etwas ausprobieren möchte und das wieder zurücksetzen möchte. Aber ganz wichtig, das Tool sollte nicht zu intensiv verwendet werden. Wir haben immer wieder Leute im Linux Support, die durch falsche Anwendung von diesem Tool dann ihr Linux nicht mehr startbar gemacht haben. Vor allem, wenn ihr Timeshift versucht, auf neu installierten Linux Mint Versionen dort dann alte Linux Mint Versionen wieder aufzuholen. Das funktioniert in der Regel nicht so gut. Von daher passt da auf. Nutzt das Tool nur im Notfall. Es ist einfach nur nochmal eine zusätzliche Option von Linux Mint, euch zusätzlich abzusichern. Mehr sollte das nicht sein. Wir können hier einmal den Schnappschussort auswählen. In meinem Fall ist das sehr, sehr einfach. Dann können wir hier die Schnappschuss-Ebene auswählen. Wie wollen wir Schnappschüsse machen? Mit Timeshift. Ich persönlich empfehle monatlich zwei Stück. Das reicht total aus. Und wenn ihr mal manuell etwas bei eurem System ändern wollt und euch jetzt denkt, ja, jetzt wäre ein Systemschnappschuss gar nicht schlecht. Dann könnt ihr den immer nochmal manuell dazustellen. Von daher belasst das hier auf monatlich zwei Pastos. Wir können hier unsere persönlichen Ordner, der Benutzer, eventuell auswählen. Bitte macht das nicht. Belasst das alles auf dem Standard. Alle Dateien ausschließen. Wenn ihr eure Dateien sichern wollt, dann habe ich dazu auch schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Ganz normal die Backups. Sehr empfehlenswert. Sollte jeder von euch ebenfalls machen. Damit ist die Einrichtung vollständig. Ihr seht, das ist relativ einfach. Und hier ist jetzt Timeshift aktiviert und wird zu jeder vollen Stunde checken, muss es ein neues Backup machen oder nicht. Das läuft dann alles im Hintergrund. Ihr müsst dieses Fenster jetzt eigentlich nie wieder öffnen. Weiter geht es mit der Treiberverwaltung. Eventuell habt ihr eine Nvidia Grafikkarte beispielsweise. Dann kann man hier zusätzliche Treiber installieren. Das Schöne ist, die allermeisten Treiber für andere Grafikkarten, für Webcams, Mäuse und so weiter sind in der Regel schon alle im Linux Kernel enthalten. Das ist ein etwas anderes Konzept, wie wir es unter Windows kennen. Das heißt, in der Regel braucht ein System eigentlich gar keine zusätzliche Treiber. Das ist sehr, sehr schön, denn es läuft alles direkt automatisch im Linux Kernel mit drinnen. Das ist das Herz von Linux, wenn man so möchte. Wenn ihr eine Nvidia-Karte habt, dann wird da eine Option auszuwählen sein. Das würde ich euch schon eher empfehlen, dann mal zu aktivieren. Vor allem, wenn ihr grafikintensive Sachen auf eurem Rechner erledigen wollt. Weiter geht es mit der Aktualisierungsverwaltung. Ich wähle einmal Starten aus und dort bekommen wir jetzt eine kleine Einführung. Die könnt ihr euch bei Bedarf mal durchlesen. Generell ist es wichtig, unter Linux Mint immer Updates zu machen und es ist völlig normal, dass unter Linux Mint mehrere Updates pro Woche erscheinen. Dafür kann es Sinn machen, wenn ihr das nicht immer jede Woche oder teilweise mehrere Tage in der Woche manuell immer freigeben wollt. Dann können wir auch automatische Aktualisierungen aktivieren. Das machen wir in einem Moment. Jetzt haben wir hier aber zwei Sachen, die wir auf jeden Fall erstmal erledigen sollen. Und zwar haben wir hier eine Version der Aktualisierungsverwaltung, die verfügbar ist. Ich wähle die Aktualisierung anwenden aus. Wir geben einmal unser Passwort ein und dann wird das einmal gemacht. Nach kurzer Zeit startet die Aktualisierungsverwaltung neu. Und jetzt haben wir viele weitere Aktualisierungen, die erledigt werden müssen. In meinem Fall jetzt 119 seit dem Release. Das ist jetzt schon nochmal ein bisschen was. Das lassen wir ihn später mal automatisch machen. Wir können hier jetzt einmal zu einem lokalen Spiegelserver wechseln. Das bedeutet ganz einfach, dass wir den Server auswählen können, woher sich Linux Mint die meiste Software herunterlädt. Das machen wir doch einfach mal. Ich wähle Ja aus, gebe einmal mein Passwort ein und dann können wir hier unter offizielle Paketquellen unsere Spiegelserver auswählen. Ich klicke einmal da drauf. Er macht automatische Tests und was ich beispielsweise immer sehr empfehlen kann, ist die Hochschule Essling oder die FAU Erlangen-Nürnberg hier in Deutschland. Die haben gut aufgeholt, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Früher waren die nicht so gut. Dann gehen wir auch zur Basis, denn Linux Mint hat hauptsächlich zwei Quellen. Einmal die Quelle von Linux Mint und einmal die Quelle von Ubuntu im Hintergrund. Denn Linux Mint basiert in der Regel auf Ubuntu und das ist auch soweit erstmal ganz gut so. So, ich habe jetzt hier auch nochmal die FAU ausgewählt. Am Ende ist es egal, was ihr auswählt. Ich kann nur sagen, mit FAU und Esslingen macht ihr hier in Deutschland eigentlich gar keine falsche Wahl. Wir haben im Linux Support, nebenbei der Link dazu ist in der Videobeschreibung, auch immer mal wieder Fälle gehabt, wo es zu Fehlern geführt hat, wenn ihr andere Spiegelserver ausgewählt habt, weil die eventuell nicht immer aktuell waren. Von daher schaut, falls ihr mal Fehler haben solltet, ob ihr einen richtigen Spiegelserver ausgewählt habt. Wie gesagt, FAU und Esslingen machte nichts falsch, damit passt das. So, ich wähle jetzt hier klicken, um den APT Zwischenspeicher zu akkusieren. Das haben sie jetzt hier so ein bisschen neu gemacht, nicht so übersichtlich. Ist aber ganz, ganz wichtig, wenn wir einmal unsere Spiegelserver geändert haben, dass wir jetzt hier diesen einen Knopf gedrückt haben. Hat er jetzt automatisch gemacht und damit wären wir jetzt fertig. Jetzt könnte man manuell die Aktualisierung installieren. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt jetzt. Aber ich werde das jetzt auf die automatisierte Aktualisierung umstellen und Wartung in gewisser Weise. Dafür wähle ich hier bei der Aktualisierungsverwaltung Bearbeiten aus und dann gehen wir in die Einstellungen. Hier in den Einstellungen können wir die Automatisierung auswählen und ich persönlich empfehle euch, alle vier Punkte zu aktivieren. Einmal die normalen Aktualisierungen von Linux Mint, dann einmal die Aktualisierungen von den Oberflächen Erweiterungen, dann einmal die Aktualisierung von den Flatpacks. Das ist ein neueres Anwendungsformat für Linux Mint. Habe ich euch auch ein paar Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann die automatische Wartung, veraltete Können und Abhängigkeiten entfernen. Auch gar nicht so verkehrt, dass ihr das unabhängig von der Automatisierung der restlichen Sachen aktiviert. Denn dann müllt sich Linux Mint über die Zeit auf jeden Fall nicht zu. Von daher auch ein sehr empfehlenswerter Schritt hier unten. Damit haben wir die Aktualisierungsverwaltung schon konfiguriert. Und das Coole ist, wir können das Ding jetzt schließen und eigentlich müssen wir das Ding nie wieder öffnen. Denn jetzt macht er alles im Hintergrund automatisch. Das ist das Schöne. Weiter geht es mit den Systemeinstellungen. Da zeige ich euch später noch mal eine Option. Da warten wir noch mal einen Moment. Dann kommen wir zur Anwendungsverwaltung. Wenn wir schon bei den Updates waren, sind die zusätzlichen Anwendungen nicht weit. Wir gehen da einmal drauf und dann öffnen wir sozusagen den App Store von Linux Mint. Und nach ein paar Sekunden haben wir jetzt hier einmal diesen App Store. Und da gibt es viele verschiedene Anwendungen. Ich kann euch sehr viele empfehlen. Hab da auch schon mal verschiedene Videos gemacht. Wir wollen aber erst mal sicherstellen, dass wir wirklich so viele Anwendungen wie möglich da drin finden können. Denn standardmäßig hat Linux Mint in der neuesten Version das Ganze so umgestellt, wenn wir hier oben auf dieses Burger Menü gehen, so heißt das, dann können wir in die Einstellungen gehen. Und dann finden wir hier ungeprüfte Flatpacks. Und Linux Mint hat jetzt eine Neuerung in der unverifizierte Flatpacks, wo man nicht den Hauptentwickler verifizieren konnte, dass das wirklich von dem Hauptentwickler kommt, dass man die erstmal rausschmeißt aufgrund von Sicherheitsbedenken. Ich aktiviere das aber trotzdem. Dadurch finden wir ein paar weitere Anwendungen. Denn beispielsweise, wenn wir jetzt mal Chrome suchen, da haben wir ihn, Google Chrome, da sehen wir, es ist ein ungeprüftes Flatpack, weil es nicht vom offiziellen Entwickler kommt. Und da hat sich Linux Mint gesagt, ja, wir wollen da einfach sicherstellen, dass sich da Leute nicht verlaufen und irgendwelche Anwendungen installieren, worüber wir eigentlich keine große Kontrolle haben. Und deswegen sind dann solche Anwendungen teilweise ungeprüft und ohne die Einstellung, die wir jetzt gesetzt haben, nicht auffindbar. Ganz wichtig, geht bei solchen Sachen bedacht vor? Der Google Chrome selber, ja, den kann man so drüber nutzen. Das ist erstmal kein großes Problem. Der funktioniert auch ganz gut, nutze ich teilweise auch selber. Jetzt die Frage, warum ist das ungeprüft? Naja, Google geht nicht selber her und sagt, okay, wir möchten das in diesem neuen übergreifenden App Store von Linux veröffentlichen. Nee, die haben da ihre eigene Webseite. Kann man sich auch offiziell herunterladen von Google Chrome beispielsweise. Einfach Download findet ihr. Und dann ist das auch in zwei Klicks installiert. Aber meistens reicht eigentlich auch schon diese Version, wenn man jetzt den Google Chrome überhaupt nutzen möchte. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Frage. Das ist die Option, die ich euch aktuell noch empfehlen würde, auszuwählen. Dann findet ihr einfach ein paar mehr Anwendungen in eurem App Store. Wenn wir aber schon mal da sind, installieren wir doch mal eine sinnvollere Anwendung, würde ich einfach mal sagen. Und das ist, würde ich ganz häufig empfehlen, ein zweiter Webbrowser. Denn wenn die Webseite auf dem ersten Webbrowser eventuell nicht funktioniert oder man irgendwelche Erweiterungen aktiviert hat und die gerade nicht nutzen möchte oder irgend so etwas, dann hilft es extrem, einen zweiten Browser immer in der Hintertasche zu haben, den man öffnen kann und mit dem man dann eine Webseite in gewisser Weise anders testen kann. Und ja auch eventuell irgendwelche Fehler ausmerzen kann, wenn man beispielsweise den anderen Browser verkonfiguriert hat. Ich suche jetzt hier oben, die Suchzeile ist hier links oben, ein bisschen kleiner. Suche ich einmal nach Chromium. Das ist nämlich der Open Source Google Chrome. Ich würde euch diesen normalen Chromium hier empfehlen, das Systempaket. Das können wir einfach mal installieren. Ich gebe mein Passwort ein und dann macht er das auch schon. Das ist die Basis von Google Chrome, aber ohne die proprietären Anbindungen von Google Chrome, was es meiner Ansicht nach zu einem wirklich guten Browser macht. Wir können den jetzt auch einmal öffnen, just for fun. Chromium können wir hier öffnen und dann sind wir da. Perfekt, cool, sehr empfehlenswerter Browser. Wer mit dem Firefox, das ist der Standard hier unter Linux Mint, nicht so viel anfangen kann, der sollte sich mal diesen Browser anschauen. Dann geht es weiter zu einem nächsten Punkt. Wir waren jetzt mit der Anbindungsverwaltung erstmal durch. Da könnt ihr euch natürlich noch weitere Anwendungen installieren. Ist erstmal nicht so wild. Wir schauen jetzt mal auf die Firewall. Dafür gebe ich einmal mein Passwort ein und die können wir jetzt ganz einfach einschalten. Das mache ich mit diesem kleinen Knopf hier und zack, easy, fertig. Das dauert ein bisschen, bis dieser Knopf dann aktiviert ist, nachdem wir drauf gedrückt haben. Und damit haben wir die Firewall schon aktiviert. Ganz wichtig, wenn ihr die Firewall nicht aktiviert habt und ihr euren PC bei euch irgendwo im Zuhause stehen habt, sage ich mal, dann ist das in der Regel erstmal kein großes Problem, wenn die Firewall deaktiviert ist, weil euch in der Regel euer Router auch nochmal schützt. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, dann aktiviert diese Firewall und vor allem aktiviert diese Firewall auch, wenn ihr beispielsweise in öffentlichen Cafés und so weiter hockt. Da wollen wir einfach das Risiko so gering wie möglich halten. Wichtig dazu auch nochmal gesagt, wenn wir die Firewall deaktivieren, ist dann Linux Mint offen wie ein Sieb. Nein, ganz im Gegenteil. Beim Standard Linux Mint ist so erstmal jetzt nichts von außen erreichbar. Aber wenn ihr zusätzliche Anwendungen installiert, dann hat man da eventuell nicht mehr so direkt die Kontrolle. Na, was darf jetzt gerade von außen rein oder nicht? Von daher ist da ja dann doch die Firewall schon eine sehr gute Empfehlung. Ja, das wäre es soweit dazu. Ich lasse den Status also auf ein und dann schließen wir das Ganze ein. Dann würde ich sagen, können wir auch dieses Willkommensfenster schließen. Ihr könnt hier unten den Knopf rausnehmen oder den Haken rausnehmen, dann wird euch das in der Zukunft nicht mehr angezeigt. Dann kommen wir nochmal zu einer kosmetischen oder zu ein paar kosmetischen Eigenschaften, die ich euch empfehlen würde. Und zwar ist das zum einen die aktive Ecke. Dafür öffne ich mal mein Menü und wir öffnen mal aktive Ecken. Da haben wir es und ich empfehle euch die linke obere Ecke hier zu aktivieren und das dann so auszuwählen, dass ihr alle Fenster anzeigen lassen wollt. Das muss man hier einmal auswählen. Schließen wir einmal und wenn wir jetzt mehrere Anwendungen hier offen haben, dann kann ich jetzt mit der Maus in die linke obere Ecke gehen. Und dann sehen wir alle Fenster in der Auswahl und können dann das dementsprechende Fenster auswählen. Oder wir können mit einem mittleren Mausklick, das ist die Mausradtaste, können wir dann auch ganz einfach Anwendungen in dieser Ansicht schließen. Ein sehr praktisches Feature nutze ich den gesamten Tag über unter Linux Mint. So behält man immer den Überblick. Weiter geht es mit den Soundeinstellungen. Linux Mint hat standardmäßig ein paar Sounds. Die können wir hier unter dem Lautstärkesymbol unter Klangeinstellungen uns anzeigen lassen. Und zwar über Klänge. Hier haben wir es. Da haben wir verschiedene Sounds, wie beispielsweise das Switchen. Ein Gerät wird eingesteckt. Wird entfernt und so weiter. Viele wollen diese Sounds gar nicht. Von daher kann man die auch ganz einfach hier dann deaktivieren. Oder wir stellen einfach die Lautstärke auf Stumm. Das passt auch. Und damit haben wir keine Sounds mehr in Linux Mint, wenn ihr das nicht haben wollt. Man muss sagen, mittlerweile sind die Sounds aber ein bisschen angenehmer. Früher waren die ein bisschen schlimmer, bin ich ehrlich. Ja, das wäre es zu den Klangeinstellungen. Weiter geht es auch zu einer kosmetischen Eigenschaft. Und zwar der Hintergrund. Der Standard-Hintergrund ist ja ganz nett unter Linux Mint, aber ich finde, er ist ein bisschen deprimierend, so dunkel. Wir können mal einen Rechtsklick auf das Bild machen und dann können wir auswählen Hintergrund des Schreibtisches ändern. Das haben wir hier. Und dort können wir dann unter den verschiedenen Editionen, die Linux Mint gerade hier mit drauf hat, verschiedene Hintergrundbilder auswählen. Und ja, da könnt ihr eins auswählen, was ihr möchtet. Mein Hintergrundbild für jetzt Wilma beispielsweise ist das immer. Das finde ich relativ schön. Dann kommen wir noch mal zu einer weiteren Sache und zwar hier die Taskleisten hier unten. Die sieht noch etwas klein aus, bietet vielleicht noch nicht so viele Informationen. Ich kann euch empfehlen, wenn wir hier auf die Uhrzeit gehen und dann auf die Datums- und Zeiteinstellungen ganz normal klicken, dann können wir hier einmal das Format anpassen und dort empfehle ich euch auf jeden Fall das Datum anzeigen zu lassen. Dann wisst ihr, okay, gut, was für ein Datum haben wir gerade. Und dann, wenn ihr möchtet, die Sekunden habe ich gerne immer selber an. Manche stört das. Passt euch das so an, wie ihr wollt. Ihr könnt auch ein ganz eigenes Format anlegen. Das ist dann mit Rechtsklick auf dieses Zeitfeld oder Datumsfeld und dann wählen wir Einrichten aus. Da kann man auch eigene Formate definieren. Das lassen wir jetzt aber mal. Dann geht es auch weiter mit einem, ja, für mich relativ nützlichen Applet, bin ich ehrlich. Und zwar, wenn wir jetzt Rechtsklick auf diese Leiste machen, können wir Applets auswählen. Das sind zusätzliche kleine Erweiterungen, womit wir hier diese Leiste anpassen können. Da gibt es viele weitere, könnt ihr euch mal durchschauen. Ich möchte jetzt hier aber auf Herunterladen gehen. Es gibt natürlich noch ein paar Add-ons von der Community. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Add-on. Das nennt sich Wetter. Ich lade mir den Kollegen mal runter. Und wenn wir hier auf Verwalten gehen und dann ganz nach oben, da ist unser Wetter. Und das können wir jetzt hier einmal, wenn ich draufklicke, dann hier mit dem Plus einmal hinzufügen. Und dann haben wir nach kurzer Zeit hier, ja, eine Temperaturanzeige vor allen Dingen. Finde ich persönlich natürlich sehr praktisch. Damit wären wir jetzt mit den neun Sachen durch. Eine zehnte Sache gibt es noch. Und das ist eine eigene Anwendung, die ich für Linux geschrieben habe. Und zwar ist das der Linux Assistant. Der Linux Assistant ist ein kleiner täglicher Helfer, der einem nochmal größeren Überblick gibt über das eigene Betriebssystem, aber auch sowas wie Reinigungen, Sicherheitschecks und so weiter mit drin hat, der nicht nur für Linux Mint funktioniert, sondern auch für viele weitere Linux Distributionen. Sehr empfehlenswert nutze ich den ganzen Tag über. Ich wähle Download DEB aus. Wir haben ein Linux Mint, das basiert auf Ubuntu, was wiederum auf Debian basiert. Ja, solche Systeme brauchen immer eine DEB-Datei, wenn man da was installieren möchte. Jedenfalls keine RPM Datei, sagen wir es mal so. Und ich klicke einmal auf diese Datei. Und dann können wir jetzt hier ganz einfach Paket installieren auswählen. Ich gebe mein Passwort ein. Ich legitimiere das Ganze und damit läuft es. Linux Assistant ist komplett frei, Open Source und kostenlos natürlich. Hat sogar die gleiche Lizenz wie viele Linux Mint Komponenten. Von daher sehr empfehlenswert. Und wenn ich das jetzt einmal öffne, zack, dann werden wir hier einmal begrüßt. Wir wählen Weiter aus. Wird gefragt, ob das erkannte System korrekt ist. Das passt. Dann können wir ein Tastenkürzel aktivieren, wenn wir möchten. Das ist auch okay für mich. Und dann können wir hier, wenn wir möchten, unseren Rechner einrichten. Denn alle Sachen, fast alle Sachen, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, die kann man super einfach über den Linux Assistant auch erledigen. Das heißt, wer das später mal nicht manuell machen möchte, der kann einfach diese Ersteinrichtung auswählen. Ich würde sagen, machen wir das mal ganz kurz. Lasst uns loslegen. Lasst uns nochmal loslegen. Dann können wir hier unsere Browser auswählen. Was wir eigentlich installieren wollen. Haben wir ja schon vorhin gemacht, dass wir ein Chromium ausgewählt haben. Passt. Deswegen lassen wir mal so. Dann können wir unsere Bürosoftware auswählen, wenn wir da was zusätzliches nochmal installieren möchten. Beispielsweise. Dann geht es weiter mit der Kommunikationssoftware. Da kann man auch nochmal was zusätzliches auswählen. Beispielsweise Element oder Signal kann ich sehr empfehlen. Lasse ich jetzt aber mal so auf dem Standard. Und dann gibt es noch die automatische Konfiguration zusätzlich zu den Anwendungen. Die beherbergt dann so etwas wie aktualisiere das System auf den neuesten Stand. Richte automatische Systemschnappschüsse ein. Dieses Timeshift, was wir vorhin ganz am Anfang des Videos angeschaut haben, kann man hier auch mit einem Klick auf der Systemebene einrichten. Eine automatische Konfiguration der Aktivisierungsverwaltung und auch die Installation von Multimedia-Kodex. Sollte das noch nicht geschehen sein. Und damit kann man tatsächlich innerhalb weniger Sekunden seinen Rechner einrichten. Ich sage mal abbrechen, das passt. Nebenbei gibt es nicht nur die Ersteinrichtungen, sondern noch viele weitere Funktionen. Kann man sich hier unten einmal anschauen. Kann man mal durchstöbern. Generell aber ein sehr hilfreiches Tool für verschiedene Aufgaben unter Linux. Also schaut euch das gerne mal an. Verdienen tue ich mit der Anwendung nichts. Mache ich einfach nur, weil ich Spaß daran habe. Und weil es bis jetzt doch ganz schön vielen Leuten geholfen hat. Das wäre es auch schon mit diesem Video gewesen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit eurem Linux Mint. Falls ihr Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Oder noch besser, schaut euch das Linux Guides Forum an. Dort gibt es eine große Community, wo man direkt viel Anschluss finden kann. Die helfen auch freiwillig bei euren ganz eigenen Fragen. Das wäre es hiermit gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao.